So, und damit Willkong Zug zum Landport Beldos Gate 3, äh die Grafik baut doch mal länger zum Nachladen, äh ja, Spie und seine Grafikprobleme, hm, mit noch Gold rum. Wenn du reingestigen. Ich habe Ideen. Es muss noch einen Weg geben, um den Fluch zu brechen. Mal sehen, was ich tun kann, weggehen. Wenn er able to escape the Shadowfell, dann muss er nicht geschafft haben, zu konsumieren sein Geist. Well, nicht alle davon. Wir müssen uns umgelegen, was er left ist, in seinem Kopf. Es muss sein, was er zu erzeugen. Eine Worte, eine Erinnerung, ein Item. Wir müssen einfach ihn finden. Wir müssen einfach ihn finden. Ich glaube, es war's. Wir können wohl gerade nicht so viel machen. Oh Gott. Habe ich wieder meine Spur geverschluckt. Ja, wo machen wir denn? Ich bin einer. Ich bin einer. Ich bin einer. Oh Gott. Ich bin einer. Wir müssen uns nicht nur die Silke sehen, oder? Katze. Gut, dann wollen wir mal auf uns warten, nämlich noch eine andere Mission. Da draußen vor den Toren. Die nicht schon abgehauen sind ohne uns. Sind sie nicht. Überfallen will, können wir ihr geht voraus, ich folge. Geht schon mal vor, ich hole euch ein. So diese Besegnung nicht schützen. Aber hier, ich brauche etwas Zeit. Ich glaube, das ist normal. Aber schon fragt. Auch ihre Magik kann nicht counten. Na dann. Auf geht's. Sollten wir Fackeln mitnehmen oder? Ja, sollten wir. Dann kämpfen wir wieder mit Fackeln. Fantastisch. Und dann geht das auch so. Eine große Schlachtwelt. Okay, sind wir jetzt geschützt durch den... Segen von Zillin, okay. Vielleicht sonst wäre das noch. Wir sollten uns allerdings beeilen. Das ist aber nicht zu lange gebrochen. Finde Schutz vor dem Schattenfluch. Gehe zum Autosüberfall. Der Teufels Herz. Finde Fanadisch das Eisen. Der Becker, Arthulach oder so. Das Haus der Heilung. Der Teufels Herz. Da sind viele Orte hier auf einmal. Hier aber auch noch mal. Türmes Mutaufgangs. Gehen wir erstmal hier hin. Oh, das Überfall. Ich denke, das machen wir als erstes. Dann schauen wir mal weiter. Hier hoch geht's wohl. Ich denke, da sind wir richtig. Ja, irgendwo hier lang. Fören wir uns mal nicht zu sehr. Schön ist der Lichtfluch. Auf wenigstens die... ... die Verkinder sitzt. Hier nur überlangt. Oha. Oh scheiße. Da sind wir jetzt hineingeraten. Ach du äh, ach du scheiße. Was ist denn hier los? Dafür sind wir noch zu... Ähm. 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 Excuse me. What the fuck. Ähm. Es ist ähm. Der hat mich ja fast instant gerichtet. Was zur Hölle. Ja, wir können jetzt gleich aufgeben. Ich meine... Das 60 HP in... Ähm. Ähm. Die haben hier 100. Wollen wir es gleich aufgeben? Ja, war mal lustig versucht zu haben. Ähm. Ähm. What the fuck ist dort draußen? Da sind wir noch ein bisschen zu unterneviert für. Ähm. Ähm. Weg vielleicht nicht gehen. Ich hoffe, hier sind nicht draußen, sind nicht alle so. Wenn das ein Weg ist, wo wir uns danken müssen. Oh, holy shit. So wird nix. Der eine hat mich ja zu Tode gestampft. In einem Zug. Hier ist das mal. Vielleicht von einem anderen Weg. Das war ja wohl. Ich hoffe, hier sind das sind jetzt nicht die random NPCs. Das sind jetzt hier nicht die Aber jetzt sind das die leichtesten Gegner. Textur würdest du mal ein bisschen schon da laden. Das ist das, was ich hier? Ich habe ihn mit dem Weg. Ich habe ihn mit dem Weg. Ich habe ihn mit dem Weg. Ich weiß nicht, was mit dem Spiel los ist. Irgendwie muss ich es noch laden. Warte kurz. Da ist er. Das ist mein PC so schlecht. Das ist mein PC so schlecht. Kommen wir hinten um die Folgen? Ach, hier sind die lang. Ähm. Okay, komm rüber. Das sah wie ein Abgrund aus. Okay, Abgründe sind kein Hindernis für uns. Oder ist das nur eine Grafik die nicht nachlehrt. Halt es mal nicht so schnell. Okay, sind wir schon da? Okay, was nun? Ach du Schande. Wir sind noch einen mächtigen Ginos. Wir warten für dein Signal. Go! Oh, verdammt. Oh, verdammt. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Wir bleiben in der Licht. Sie gehen nicht ins Schmerz. Ich habe nicht gedacht, etwas so groß und witzig als du für einen Schmerz. Okay, die Gegner weniger. Sehr schön. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Aber ich musste. Bevor die Schmerzen nicht stärker wurde. Die Menschen werden wundervoll sein bis sie weitergezogen sind. Die Menschen werden sich nahe zum Amt. Oder haben wir davon gefordert, Schatten verlassen und angreifen. Das wird spannend. Okay, für... Ach du Scheiße, Spinner. 128 große Güter. Okay, wir sind noch nicht dran. Die Linale hier so scheiße. So scheiße schwer. Okay, erst den großen ausschalten. Unverletzlich. Geil. Okay. Ein Unverletzlicher. Das macht den Kampf spannender. Nicht. Unverletzlich? Wie soll... Wie sollen wir das... Gott. Wir müssen aber bald neu laden. Mal gucken, wie unverletzlich der ist. Nicht nur in Bewegungslage warte. Unverletzlich. Fast zum Henker. Unbesiegbare Gegner. Finde ich ja sehr geil. Stehen wir natürlich genau in seinem... Bereich. Vielleicht kann man mit den anderen ausschalten. Wir sollten warten, bis der Wetter gezogen ist. Wir sollten warten, bis der Wetter gezogen wird. Ich schiebe nicht wie eine Schaden, keine Tod. Wer viele Menschen erwirft. Schichtig. Quater ist drin. Viel großer Treffer. Dann gehen wir gleich nochmal. und was wollen wir mit ihm machen hier schlägt Ich meine, die anderen kriegen wir, aber was machen wir mit ihm? Wird er vielleicht aufgehen, wenn seine Leute weg sind? Oder es ist einfach nur eine blöde Entscheidung anzugreifen? Ja, vermutlich. Okay, aber die Hafene können scheinbar angreifen. Okay, ich muss Meinung ersetzen. Ich bin Fury. Ich bin Bade. Ich bin Bade. Aber... Na komm So, da haben wir noch Bredi Und das sei nicht du Und das richtig ist ja Ach, der liegt da rum Schimmabach Karlach macht sich nur auf den Acker Können wir ihn irgendwie angreifen Oh Okay, können wir wahrscheinlich doch In der Heiligtum steht Fokus Ach, er steht da auf Hat sich nur kurz hingelegt Sehr schön Und Gästlech Häckler Dann mal Karlach Mal Karlach in Ruhe lassen Das wird dringendmal Heilung Auf Karlach Ich muss immer wieder aufbauen. Ah verdammt Kala Hier oben muss ich dann greifen Auf ihn hier Verletzte Eichlichtung Ah ok wenn er sich schützt Ah ok Er hat so Momente wo er sich Er hat einen Fluch wo er sich schützen kann Verstehe Dann geht's zu brechen Ja was machen wir da Erstmal weg hier Kannst du den Fluch irgendwie brechen Oder was tun wir jetzt warten Weil sie wieder angreift Oder Was soll der Plan Ach du scheiße Kala Ähm Ich muss jetzt mal Kala retten Nächstes ein wenig Mich selbst aus der Schusslinie begeben Schöner Fehlschlag Schöner Fehlschlag Ok rauf hier Er ist ungeschützt Nicht genug Ressourcen Ok Verdammt Dann hauen wir ab hier Dann hauen wir ab hier Wir können auch Heilung Ok scheinbar nicht Schöner Fehlschlag Wiet Na komm, macht ihn alle. Na, das war es wohl noch nicht. Ha, sehr viele Vierschläger. Sehr schön. Er ist fast da unten. Keine Hunde auf Kardach, die das. Nichts, ein bisschen. Wir werden nicht verlieren. Sehr schön. Oh, die Mondlaterne, sehr schön. Ein grausamer Stachel. Fantastisch. Oh, das ist eine unglaubliche Magie. Ich kann es fühlen, dass Licht die Schmerzen auf die Schmerzen. Auch die, die in mir. Sei sicher und brav. Wir erwarten nichts mehr. Und bringen was mal zurück zur Taverne. Oh je, das ist nicht gut. Aber wir brauchen uns irgendwie. Vielleicht gibt es da noch einen anderen Weg. Ohne Dem Ding zu schaden. Wer seid ihr? Was für ein Mechanismus ist das da unten an der Laterne? Wahrne, die Legende nach, sind vielen immer die Entführer. Nichts, die Entführten. Warum seid ihr da drin? Den Pixi freilassen. Den Pixi ignorieren. Den Lampen. Da du die Lampen nötigst. Ich muss von dem Flug beschützt werden. Wenn ich euch frei lasse, helft ihr mir dann meinen Weg durch die Schatten. Wenn das mal rein trägt ist. Ich darf es nicht nennen, Neufeld-Friend. Der feinste Tuch könnte meine Ente. Hm, na, dann hoffen wir mal, dass du uns dich auch trägst. Ich muss den Schatten verholen. Könnt ihr mir helfen? Was habt ihr zu bieten? Nichts für meine Hilfe, verdange ich nichts. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Aber ich kann das nicht? Ich kann das nicht. Ja, sicher nicht. Warum nicht? Hier, gib mir diese Belle einen Schatten. Sprech die Magischen Worte und du wirst du was du verdienst hast. Die Schutz von der Schatten. Was mehr könnte ein Dingus wollen? Du bist willkommen. Na ja Wollen wir mal, dass es was wird Wir müssen noch den Weg zurückfinden Ohne dabei auf die Finsteren Kreaturen zu treffen Die uns vorhin angegriffen haben Die waren nämlich zu stark für uns Vielleicht kommen wir zum Teufelsherz Von hier aus Das Problem war ja eher dort Erstmal looten Hier Und viele Seile Ein bisschen Essen Ob es vergammelt ist Ah ne Da ist nichts Brauche ich mal Zeile? Hier gibt es genügend Bisschen Gammel Zeugs Besser als nächstes, was das Essen ausgeht Oh Das ist hilfreich Tatteln Sie sehen Schauen wir mal hier oben Schauen wir mal hier oben Vielleicht tun wir hier noch Die 16 Seile Jetzt kommen noch die 16 Seile Schauen Grausame Stachel 2 bis 16 Schaden Fesseln nur streng ne Das könnte ich tragen Das könnte ich tragen Ja, allerdings sehe ich das nicht so bei mir Ich sehe mir das schwerste Schreie Ich kann schaffen Herz zu kaufen Schauen wir mal hier Sie sehen Unmüht Ah, verdammt Ich sehe ihren Hammer Allerdings ist der hier Der ist hier besser Nimm mal das Schwert Grausame Stachel passt auch besser Ein Glowensbrecher könnte zu klar noch passen Wird bis 1 von Schaden Ne, es ist eher Ja Und du brauchst mal Heilung Okay Noch was anderes zu tun hier Wo wir weitergehen Können wir Aufheben Aufheben nicht Wird die zu schwer Auch schade Ich hätte die gern mitgenommen ins Lager Wenn sie den Spinnenkönig dort rumliegen lassen Helbro Ah ne Keine gute Trophäe Ja Hey Hey So, jetzt lang. Am besten ohne irgendein Level 18 aus Kämpfe zu geraten. Teufels Ernst da drüben. So könnte es sich lohnen, da mal lang zu gehen. Gleich speichere ich hier mal kurz. Habe ich das für Scheiße bauen oder nicht? Wenn wir die Nachsicht haben. Nein, in der Richtung. Warte. Hier im Land. Ach, fantastisch. Wenn es nicht gleich mal wieder eine Angriff gibt. Das Teufels Herz. Hier geht es auch nicht weiter. Hier ist... Sargasso. Hier komme ich lang. Hier ist auch eine Sargasso. Da unten eventuell... Wir sollten erstmal zurück zum... Das Beste ist, wenn wir zurück zum... ... zum Ding ganz gehen. Und dann weiteres besprechen. Vielleicht kriegen wir dann das Licht und so. Und können dann noch... ... auf besseren Wegen... ... durch die Wünkelheit... ... den Weg sind wir gekommen. Ach, hier waren die ganze Zeit Baumstämmer. Über die sind wir gelaufen. Oha. Schlüsse zum Lager. So. Ich bin wieder überladen. Großschwert. Können wir verkaufen. Oh hier. So. Irgendwas ins Lager schicken. Hm. Zwei am Tag ist. Schatten wir es überladen und zurück, dann können wir doch mal den Namen sprechen. Schnell mal verkaufen. Verwalt. 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 Vielleicht können wir dagegen was eintauschen. Und der Term, die werde ich lieber behalten, Verkaufgeber verkehren. Was haben wir noch Gutes zum Verkaufen? Sicherheitsschild. Den kann ich eh keiner von uns tragen. Wurde ich zusammen auf mir gekauft, das wäre ein bisschen dumm. Aus irgendeinem Grund will ich die behalten, die mystische Tafel, das könnte doch irgendwann einen Wert haben. Das zu verkaufen wäre wirklich teuer, das wäre eine dumme Idee. Der mächtige Stoff von Müllen anstürmen. Die sehen alle nicht so genial aus. Nein, 160, das ging mal niemals hin. Der kostet 4 bis 15 Schaden. Ich glaube, da hat es hier auch schon eine bessere. Was wollen wir denn dafür? Irgendein Junio Stab. Ich habe noch etwas. Ein bisschen Verpflegung kann ich nicht haben. Schweinekopf, lecker. So. So viel kostet das, große Güter. Das ist genau. Das ist nicht so genial aus der Rostum. Tja. Tja. Gutes... Fangen Koshigo. Träger, Schaden bei einem waffenlosen Angriff bewirkt, erhält bis zum Ende eines zu kleinen Bundeskurs 1 auf seinen Zauber-Rettungsdesk. Wozu sollten wir es brauchen? Rettungswürfen im Vorteil? Ja. Okay, bei einem Erfolg kriegt der Rettungswurf gegen einen Zauber-Rettungsdesk. Das ist schon geil, aber das können wir uns nicht leisten. Gutes von geschossen wäre auch schon episch. 400 müssen wir draus machen. Ich habe irgendetwas wertvolles hier. Wir haben das Ding hier. Wir haben für einen besseren Wert von ihnen gekauft wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Schutz von geschossen, das können wir irgendjemandem Schattenfell, wahrscheinlich Schattenherz geben. Stapel teilen. Stapel. Juhu. Wir haben ein Geschoss zu fangen, das macht schon Sinn. Schutz vor Geschossen. Warum nicht? Und wir haben wieder Verpflegung. So, haben wir hier noch irgendwas? Ich würde auf jeden Fall gerne mal mit ihnen reden. Verlierer. Und bevor wir dann mal weitergehen. Nicht nass berichten, ich würde noch etwas fragen. Nichts Neues. Dann müssen wir wohl wieder... Es ist dunkel aufbrechen. Was haben wir jetzt noch für Missionen? Wir gehen entlang mit den Turmen des Mondaufgangs. Da gehen wir eigentlich erstmal nicht hin. Einmal das Teufelsherz. Das Haus der Heilung. Klingt auch erstmal sexy. Ich komme da und wie in die Richtung. Hier ging es offensichtlich nicht weiter. Müssten wir es mal hier so versuchen. Zu dem Haus zurück. Kurz mal einen langen Rast. Und jetzt. Dann, falls wir unterwegs auf Gegend treffen. Dass wir nicht komplett schutzlos ausgeführt sind. Sonst sind wir jetzt aufgeladen sind. Ich meine die äh... Die wir da getrocknet haben. Die äh... Die äh... Die waren... Diese Spinnviecher, die man schon irgendwie... ...hast überlevelt. Okay. Ich würde gerne über das sprechen. Sprechen wir mal mit ihr. Sprechen. Sprechen. Ja, und jetzt nichts Neues. Hier geht's ins Schattenherz. Dem rechte Schatten. Was? Kevrik... Kevrik Torm. Was heißt hier von ihm? Diese Schübe, die ihr da habt. Ich mache mir so. Deswegen. Wenn ich über alles reden... Was heißt hier von Kevrik Torm? Ein Freundeservant der Nachtsinger würde sicherlich ein Alli sein zu mir, unter die meisten Umständen. Aber etwas nicht mehr. Ich werde sehen, wo seine Allergienste liegen. Die Schübe. Die Schübe. Die Schübe. Es ist nicht ganz gut, und manchmal schützt es mich. Es ist eine Schübe. Es ist meine Schübe, von Lady Shah. Ich kann sie irgendwie fühlen. Entschuldigung. Es ist nicht mit dem, was ich mich daran erinnern kann. Aber dann ist es nicht so, dass ich mich über die Schübe. Die Schübe hat ihre Reaktion. Es ist schwer zu sagen. Es ist schwer zu sagen. Manchmal frag ich mich, wenn es mir sollte. Ich schütze mich. Ich schütze mich. Aber vielleicht ist es nicht. Vielleicht ist es komplett random. Ich hoffe, dass es mehr zu sein ist. Ich hoffe, dass es mehr zu sein ist. Es ist ein Sinn, das die Frau Schübe hat mir gezeigt, wenn die Zeit richtig ist. Bis dahin, alles, was ich kann machen, ist zu verdienen. Ich versuche, meine Schübe. Ich versuche, meine Schübe. Aber die Schübe hat mir geflogen. Die Frau Schübe hat eine größere Schutz, als jede Schübe oder Armut. Da ist alles so. Ich will nur den Zwiebel. Hier ist alles so. Hier ist der Zwiebel. Die Zwiebel ist nicht mehr da. Hier haben wir die Zwiebel. Hier haben wir die Zwiebel. Dann können wir noch mit Karla reden. Also das ist der Zwiebel. Ich hoffe er macht sich nicht mehr kaputter. Nein, dann. Ich habe kein Schweinekopf. Aber man will irgendwann nicht mehr gemütet haben. Nur noch eine Tellerast machen. Na dann brechen wir auf. Und aufhelf. Nicht mehr so. Nicht mehr so finsteren Kettel. Das wir gegen die uns hier gewandeten. Auf diesen Farben laufen dann. Das sollten wir erst mal. Das wird vielleicht erst mal sicher sein. Das wird vielleicht erst mal sicher sein. Das ist eine Gasse. Dann werden wir wieder hier. Das ist hier irgendwas außer Wut. Da drüben geht es weiter. Aber da müssen wir erst mal durch den Abgrund. Und da können wir scheinbar rüber. Da gibt es einen Weg. Und da gibt es einen Weg. Und da gibt es einen Weg. Versuchen wir es doch mal. Ach du Scheiße. uri. Dann locken wir es doch mal hinunter. Die Wächter der Budion. Ah, sieht doch wieder nicht gut aus für uns, das sind einfach nur random NPCs, random Gegner. Was zum, was zum, wenn ich gepesselt. Oh, die shit. Ich muss jetzt sehen, dass er sein eigenes. Siegen der List. Hier ist ein eigenes Monster. Das ist ein Blut oder ein Schattenherz. Ich schaffe das vielleicht nicht mehr ganz. Generell wäre Heilung immer nicht schlecht. Und noch ein Blutsangriff. Okay, nun können wir irgendwie nicht einsetzen. Das ist schlecht. Vier schlafen, perfekt. Na komm, kämpf dich frei. Zwei haben es schon fast geschafft. Bei uns zwei wird es schwer. Jetzt kommen wir mal neue dazu. Fantastisch. Okay, zwei sind weg. Ich hoffe, die kommen nicht wieder. Okay, der ist tot. Gut. Ich könnte die Schattenherz mal zur Hilfe heilen. Ich weiß doch, wo die ist. Vogelgeumbelfer. Oh, so viel für alles. So viel dazu. Wir könnten auch ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ist der schon tot? Können wir mal mit Karlak uns helfen? Können wir da irgendwie durchkämen... Ach du Scheiße, das ist ein langer Weg. Ich bin jetzt eher hier oben lang. Ist jetzt zu weit entfernt. Es ist blöd, dass wir so getrennt wurden. Wird ausgemacht und wohnen näher auf. Wir gehen bis dahin und wir kommen, dann ist das ein weiter Weg. Ja, es wird aber schwer, wenn wir alleine sind. Alleine kriege ich das nicht so gut hin. Okay, versuch mal in die Richtung zu kommen. Schatten für... Schatten... Sorry für ein Herz des Alleinigen kriegt. Ich weiß nicht. Jetzt ist es da drüben. Wir sind wieder ganz woanders. Das ist ein bisschen doof jetzt hier. Weil ich kann die auch nicht unterstützen. Wir müssen wirklich einzeln bekämpfen. bis wir da mal angekommen sind. Bis wir da mal angekommen sind. Wir sind jetzt nicht dran. Fehlschnapp, fantastisch. Schattenherz ist sowieso gut. Ich kriege mich vielleicht noch frei, aber... Wie soll denn das was werden? Ich sprinte schon. Ich sprinte schon. Schatten, jetzt ist es ja völlig anders. Jetzt sind wir da drüben. Ich bin nicht hier. Das sieht so aus, als müssten wir wirklich da... ...müsste das jeder für sich hinkriegen. Da sehe ich echt schwarz. Die Stille könnte man schaffen, aber sobald wir dort sind, bewegt sie sich wieder weg. Und ein Schuss weiter. Wer jetzt hier bleibt. Und das was werden. Und ein Fehlschnapp. Ja toll. Ja toll. Ich bin dann längst hier wieder am Zug. Schattenherz schlägt sich tapfer, aber... ...und jetzt wie er sich verpisst. Was er tut. Sieht dumm aus. Sieht gut. Ich bin jetzt schon mal ein Schuss weiter. Immerhin. Und Schattenherz macht mir mehr Sorgen. Sehr schön, da bin ich wieder frei. Okay, kommen wir irgendwie zu Schattenherzhoch. Hier entlang. Hier im Haus ist die. Hier wird sich doch gleich wieder mit dem Schattenherz. Wir müssen umso schneller zu ihr, wenn sie retten. Nein, du wirst dich nicht greifen. Gut, hier kommen wir vielleicht hin. Ich werde nicht geben. Ich werde nicht geben. Hier kommt alleine zurecht. Hoffe ich mal. Schütte ihn. Am Boden und tot. Uff. Das war mal ein Kampf. Ich werde keinen langen Rast machen. Wunderbar. Und was sagt denn der Timer? Ah, ein bisschen Zeit haben wir noch. Dann sind wir wieder dort, wo wir... in unserer Ruine. Da wird nur noch jährigen runter am Steg. Ich werde nur noch jährigen. Versuchen wir mal lang zu kommen. Jetzt müsste der Weg vielleicht frei sein. Und dann nicht gleich die nächsten auftauchen. Dann sind wir ordentlich am Arsch. Jetzt haben sie gelernt, dass sie uns nicht gleich wieder anknüpfen müssen. Und jetzt haben wir keine Meldung. Das wollen wir ernst zu bedrohungen sind. Das wollen wir ernst zu bedrohen sind. Wahrscheinlich gestohlen von Leuten. Okay, hier können wir vielleicht rüber. Ah, bitte nicht. Da drüben sieht es interessant aus. Hier ja nicht so. Dann blieb wir am besten rüber. Okay, Schatten, jetzt hat eine Falle wahrgenommen. Ich aber nicht. Wo ist hier eine Falle? Was gehen wir? Keine Hesitierung. Ja, fantastisch. Automatisch sprechen erfolgreich. Das gefällt mir nicht so sehr. Wir werden doch noch lange was machen sollen. Wegpunkt entdeckt. Reefilmen. Okay, da oben gibt es Eisen. Sollhaus. Und hier ist unser... Ich denke, da kann ich das nicht... ...anvisieren, aber da ist ein... ...ziel, wo wir hinwollen. Das ist ein Soldatenhaus. Der Weg führt wo und drittendammt. Das ist ganz offensichtlich eine Falle. Was sollte es sonst sein? Wenn wir da jetzt durchgehen... Das ist noch ein Präsentierteller. Jetzt gehen wir doch in die andere Richtung. Mitten durch einen großen, leeren Hof. Das ist... Das kann ja nur... Das kann nur eine Falle sein. Eine schwere Eckentür. Ja, wäre ich auch vorsichtig. Und zu wissen, was drin ist. Ist nicht viel drin. Das Ganze ist so verlassen hier. Und da hinten ist hier... Das ist nur Grundkraft des Eisen. Okay, vielleicht können wir in der Abkürzung, ohne durch das Haus zu gehen. Kommt immer nach. Okay, das ist unerreichbar. Gibt es einen anderen Weg durch? Nicht über das Dach vielleicht. Nicht über das Dach. Nicht über das Dach. Aha. Das muss doch gehen verdammt. Das ist doch einfach so ein Dach springen. Okay, nehmen wir mal mit. Vielleicht kann man durch die Gebäude durch. Das ist doch der bessere Weg. Das ist doch der bessere Weg. Das klingt nicht gut. Kommt die anderen bitte mal nach. Oh, ja. Ja. Ich wäre so... nicht über das Dach vielleicht. Ich meine bestimmt nach all das Dach. Jetzt wird es auch der leichtere Weg. Mal durch die Tür durch. Was kann da schon schief gehen? Genau alles. Hm, was ist das? Ah, hier sind wir hier. Wollen wir noch hin oder nicht? Vielleicht sagen wir mal. Ein fanatisches Eisen. Wie viel brauchen wir davon? Hat man da nicht im Lager schon was davon? Das Haus der Heilung, das klingt gut. Da sollte man hingehen. Welche Richtung? Hier wahrscheinlich. Nur noch irgendwas ist mir hier zu... Verdächtig ruhig. Muss doch hier irgendwo eine Pfanne sein. Oha. Der Tamer sagt aber, dass wir hier mal... Stopp machen können. Sind wir schon weit gekommen heute. Weiter durch die Finsternis geht es beim nächsten Mal. Kommen wir vielleicht mal zum Haus der Heilung. Ich speichere hier mal. Es wird kein schlechter Boot zum Speichern. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.